Stabil der Bi Nicht Osmani Dembele, noch, nicht Guttenho, Paulinho ist der beste Einkauf der Katalanen 2017-18. Dabei war die Verpflichtung des Brasilianers so umstritten wie kaum ein anderer Barca-Transfer in den letzten Jahren. Alles fing an mit einer Frage von Lionel Messi im letzten Sommer. Testspiel Brasilien, Argentinien. Standardsituation für die Selezao. Plötzlich kam La Pulga zu Gegenspieler Paulinho und fragte, kommst du nach Barcelona oder nicht? Der Rest ist Geschichte, und sorgte zuerst für Sport, denn Barca zahlte 40 Millionen an Paulinos Club Guangzhou Evergrinde, um sich den Wunschspieler zu sichern. 40 Millionen Euro? Für einen 29-Jährigen, der zuletzt in China spielte, also quasi ohne wirkliche Gegner? Nachdem man kurz zuvor noch 222 Millionen für den Verkauf von Neymar zu PSG eingenommen hatte, Fans und Experten stutzten.